Hallo, da seid ihr ja wieder. Heute eine neue YouTube-Folge zum Thema Schadstoffe und Allergien in Matratzen und Bettwaren. Dazu habe ich ein bisschen was vorbereitet. Viele von euch leiden unter Allergien und machen sich natürlich Gedanken, wenn ich mir Matratzen kaufe, möglichst sauber. Haben die Ökotec-Zertifikate oder so weiter, nehme ich eine Biomatratze. Was ist mit den Matratzenbezügen, Permethrin, Antimon, das sind alles so Geschichten, die gerade relativ aktuell sind. Ich erzähle euch da kurz was drüber. Die meisten Schadstoffe, wenn denn vorhanden, sind meistens Insektizide in den Matratzenbezügen. Das Zeug hier innen ist Allergiker geeignet und waschbar. Das ist dann so eine Plastikfaser aus der Sportbekleidung eben. Und obendrauf gibt es immer einen Oberstoff und dort ist immer Baumwolle mitverarbeitet. So 20, 30, 40 Prozent, je nachdem. Für die Baumwolllagerung und für den Transport braucht man Insektizide. Das am meisten Verwendete ist Permethrin. Das Permethrin ist einfach so, dass die, wenn die Baumwolle hier nach Europa transportiert wird in Containern, dann gehen da gerne Insekten rein und die brüten da drin und deswegen sprüht man das ein mit dem Zeug und dann bleibt das sauber und wird nicht zerfressen von irgendwelchen Motten. Und davon findet man immer Restbestände in den Baumwollbezügen. Man kann Bezüge nehmen, die dann obendrauf gar keine Baumwolle mehr haben, sondern ein Synthetikgewebe auch außen. Die sind aber wieder sehr warm. Es gibt aber auch Permethrin-freie Bezüge. Das Ganze wird zum Beispiel auch nicht abgedeckt von dem Ökotex-Zertifikat. Da gibt es auch verschiedene Klassen. Also auch da muss man mal gucken, was ist das eigentlich? Babyklasse 1 ist die beste Klasse im Ökotex. Auch dort wird Permethrin aber nicht immer untersucht. Also da gibt es einige Hersteller in Deutschland, die arbeiten relativ sauber, andere eben nicht so. Aber das meiste Problem ist halt in den Matratzenbezügen und nicht in der Matratze selbst. Ganz neu ist das Thema nicht, aber ist gerade wieder aktuell. Antimon ist auch ein Schadstoff, wo viele von euch allergisch darauf reagieren. Manchmal sind die Kinder auch noch mit bei euch im Bett und man überlegt natürlich, okay, wenn die Kiddies da rumtouren, dann will ich natürlich eine möglichst saubere Matratze haben. Zum Schäumen von Kaltschaum braucht man einen Weichmacher. Das ist Antimon. Das lüftet mehr oder weniger eigentlich komplett ab, wenn man eine vernünftige Matratze hat. Man findet aber immer noch Restbestände in den Matratzen. Eine große deutsche Tageszeitung, die keiner liest, hat das gerade untersucht und hat relativ hohe Werte in Kaltschaummatratzen gefunden. Verschiedener Hersteller, Markenhersteller, günstige, teure, was auch immer. Und es gibt einige Hersteller, die sehr sauber arbeiten, die weit unter den Grenzwerten sind. In anderen ist gar nichts drin, also auch dort kann man schauen, dass man ein möglichst sauberes Material bekommt. Auch Taschenfederkernmatratzen, wo man jetzt so meint, naja, so Kaltschaum ist da gar nicht so viel drin, die sind meistens auch mit Schaum abgedeckt. Also auch hier habe ich diese Antimonbelastung unter Umständen drin, wenn das eben kein guter Schaum ist. Wenn man da ganz sicher gehen will, kann man eine Taschenfederkernmatratze kaufen, die mit Naturlatex abgedeckt wird oder eine reine Naturlatexmatratze aus dem Bio-Bereich. Bei Naturlatex brauche ich halt keinen Antimon, da brauche ich keinen Weichmacher, das ist Kautschuk. Beißt sich allerdings oft in der Ergonomie. Also wenn einer reinkommt hier mit Rückenproblemen, dann komme ich mit Naturlatex oder einer Naturtaschenfederkernmatratze oft nicht weiter, weil die Schulterzone einfach nicht vorhanden ist. Da muss man halt eben darauf achten, was steht da im Vordergrund. Aber ich kann auch mit einer Kaltschaummatratze mit einem allergiker geeigneten und waschbaren Synthetikbezug in der Kombi relativ sauber arbeiten. Also ich habe hier Hochallergiker, die reagieren auf alles, die schlafen da mal Probe drauf und wenn die nachts gut schlafen und keine Probleme haben mit ihrem Atemwegen, dann weiß ich immer, das Zeug ist sauber. Wir verkaufen hier nur sowas, aber auch dort muss man halt darauf achten. Wichtig für euch ist, wenn ihr auf irgendwas reagiert und ihr kennt den Stoff, sprecht ihn an in der Beratung, fragt gezielt danach. Wenn euch der Verkäufer erzählt, ja das ist da gar nicht drin und es ist doch drin, dann habt ihr hinterher ein Rückgaberecht. Da muss man darauf achten. Kontrolliert die Siegel, lasst es euch mal zeigen, was heißt eigentlich Ökotex, welche Klasse ist das, welches Zertifikat ist das, da gibt es eine Prüfnummer, das kann man halt alles testen. Fazit, man kriegt auch saubere Kaltschaummatratzen, man kann auf schadstofffreien Taschenfederkernmatratzen schlafen, man kriegt Permethrinfreie Bezüge, auch im Kaltschaumbereich, auch waschbar für Läger geeignet. Man muss nur mal gezielt danach fragen. Wenn das für euch ein wichtiges Thema ist, sprecht es in der Beratung an. Wenn ihr so eine Antwort bekommt wie, ja, ja, das ist alles Ökotex zertifiziert, das ist alles sauber, fragt mal genauer nach einfach. Darum geht es, aber wie gesagt, das Ganze geht auch in sauber, macht euch keine Sorgen, schlaft weiterhin gut und dann wisst ihr zumindest in der nächsten Beratung, worauf ihr achten müsst und was ihr fragen könnt. Alles klar, das war's für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Schlaf gut. Tschüss.